So, und wir kommen zurück zu Erks. Erks. Erks müssen sterben, ja. Müssen sie das? Ja, das kann doch sein. Kann man jemals zu viele Fallen haben? Mein Bogen ist euer. Mein Bogen ist euer. Warte, auf deiner Seite meintest du, dass da mehr kommen als... Hm? Also doch, hier. Da versteckt sich einer... ...seine der Säule. Und dann kommen da drei hin und auf der anderen erst mal zwei. Genau. Und dann darfst du die Brücke zu spammen. So, mal schauen, ob wir das beim ersten Mal schaffen, jetzt wo es ja schwierig ist. Und, äh, ja. Lauf ich gerade auf deiner Seite oder vorne bei mir? Ich weiß nicht, ob du... Du bist schon richtig. Komm hoch. Die ersten zwei Wellen machen wir gleich. Zusammen. Ah, ich hab sie diesmal blocken können. Gut. Schaut euch diese Kondro an. Sie sind oben! Flieger an der ersten Welle? Meid mehr. Wenn ich so weitermache, gehen ihm bald die Orks aus. Mehr Orga wisst auch, schaut aus. Ah, es kann sein. Oh, sorry. Ich glaub, da bin ich jetzt reingelaufen. Nichts wahrer Haufen aufzudrücken. Na, weil er da... war auch nicht. Ich hab's um die Kurve nicht gesehen. Boah, jetzt kommt wieder Belebungsärsche. Was für ne Frechheit. Na, die hat er doch gekillt, indem er... ... das erste Fass gesetzt hat. Zeiteffizient. Sag mal, Wurzelle ist derjenige, der noch lehrt. Boah, shit. Wir müssen sofort rüberlaufen. Wir haben ja gar keine Zeit. Die grüne Seite. Natürlich haben wir keine Zeit. Das ist ja nicht umsonst. Boah, stell dich hinter dir von mir vor. Boah, es müssen Stern 2. Also, du bleibst nach der Welle hier. Ich werd excited. Ich bleib hier, okay. Ja. Bist du dir sicher? Ja, bin ich. Äh, stun den oder tu was. Keine Ahnung. Okay, passt. Ich schätze, wie viel kommt denn da noch? Ich wollte rechtzeitig zurück. Du kannst ja schon mal einen Fass-Werferdingen spawnen. Da fehlt noch Luft. Ja. Okay, ein Fass-Werfer hier hin. Oh, so. Oh, die Feuerhugern. Drei Stück, okay. Wären also mehr. Ich kämpfe immer noch mit Feuerhugern. Gut. Ich würde irgendwann drauf spielen. Okay, bei mir ist gerade Pause angesagt. Können wir nicht mehr nehmen? Ja, das nennt man CLT. Okay, bei mir kamen jetzt weitere Gegner. Bei mir jetzt auch. So viele Tote auf einer Seite. Nein, nein, hier kommt sie nicht durch, Knäpsel. Meine scheinen jetzt tot zu sein. Ich soll mein Geld ein. Versuch bei denen den da zu bauen, ja. Und mach die Luftverteidigung voller. Aber das werden nur deine auf, dann alleine auf. Das sollten wir möglichst bald wiederholen. Kommt zu mir. Okay, los geht's. Aber hier in der Map kamen keine Yetis. Wir kamen da für die anderen. Da wurde... Nein, ein Yeti war da auf Kriegsmagia. Oder was? Und also ein Bergthal war auf jeden Fall da. Bei Yeti bin ich nicht zu hundertprozentig. Oh, scheiße. Ich gehe jetzt runter. Ich wurde gerade angegriffen. Das ist doch auf der falschen Seite. Nein, ich billte ihn ein. Das war schon richtig, so. Aber ich denke, dass das jetzt hier mehr Flieger sind. So ist das jetzt nicht mehr so. Ich aktiviere Mana zwar. Okay, gut. So, ich nutze die Zeit. Was? Nein, gibt keine Zeit. Du wirst aber bestimmt auch ein bisschen mehr Fallen haben. Ich habe dir nur helfen wollen. Oh, scheiße. Tu was. Was auch immer du tun kannst, heil mich, rette mich. Was? Ich kann dich nicht heilen. Okay, ich lebe noch. Und ich wurde gerade gefreezt. Also das ist auf jeden Fall Jedi dabei da oben. Das Problem war aber eher der Frost. Pass aber auf, dass sich die in der Luft nicht töten. Ich gehe jetzt komplett runter. Was auch immer das heißen soll. Ich mache Mana-Zorn. Ah, geil. Ich habe Heilung eingesetzt, jetzt wo ich unendlich Mana habe. Ich habe ein paar Fliegschen hier weggesprengt. Ich habe ein Berg-Troll-Problem. Wir haben das Mächterlinge erreicht, aber ich habe einen falsch platziert. Aber ich glaube, die kann ich so schnell nicht abbauen. Ah, okay. Ist nicht so schlimm, denke ich. Äh, könntest du vielleicht mal mit dem Himmel mithelfen? Mein Gott, Mann. Du hast doch hier den Raketenwerfer. Grundsätzlich schon, ja. Und da muss ich mich um Himmel kümmern, weil du weißt, dass hier die Zeit das Besondere ist. Oder das, was zumindest knapp war. Ja. Bitte hinten anstellen. Also Heilung ist wieder ready. Okay. Oh, oh, ich werde geblitzt, er hat mich aber nicht getroffen. So, wie viele Waren müssen? Ich lebe noch, ich lebe noch, gut. Ach, ne, das ist noch cool da. Komm, ich brauche ein paar Headshots, dann ist meine Mana wieder voll. So genial. Wie sieht es im Himmel aus? Sind nicht clean, ich sehe gar nichts. Aber der Boden hat noch die Gegner übrig. Du solltest ein paar Fässer eher in der mittleren Ebene bauen, statt alles ganz oben. Warum? Das ist ganz schön übertrieben. Aber wenn du jetzt eh so viel Kohle hast, dann... Ah, das ist ja da wurscht. Komm, stirb. Halt doch schon Vollgas drauf. Fangen wir mit dem Unterseel an. Ach nein, Mannerson. Ah shit, keine Mana. Na gut. Ah, hat mal gereicht. Gut. Wir haben beide Mana-Zone ready, nehme ich an. Ja. Also, na, fahr. Okay. Also, ich werde es als nächstes benutzen. Und zwar jetzt. Ich werde es als nächstes mal die Flieger damit ein bisschen. Ich habe einen Yeti bei mir, also es gibt auf jeden Fall welche. Bitte hinten anstellen. Der ist gerade runtergefallen, aber ich nehme an, das tut. Das ist noch ein zweiter Yeti. Jedenfalls tot. Ich nutze Mana-Zorn. Ah, geil. Irgendwas hat mich ein bisschen gekältet, aber... ...eineinhalb Leben habe ich gewohnt. Soll ich dich healen, oder hast du einen Tranken ernähren? Ah. Haben wir jetzt gerade noch nicht umgeguckt, ehrlich gesagt. Ah ja, da liegt einer. Wie viel müssen wir? 15.50 oder was genau war jederzeit? 15.30. Ich glaube, wir sind viel zu schnell, ehrlich gesagt. Oh, das ist aber sehr gut. Ich mach dir das mal an. Ich werde gerade geblisst, ich weiche jetzt ganz weit nach unten aus. Musst du gar nicht, dass wir Gnollgiener der Recom kommen? Äh, wusste ich gar nicht. Nightmare. Okay, also ich habe Heilung ready. Mana-Zorn ist halb regeneriert. Oh, Mana-Zorn nicht regeneriert. Das muss ein paar Hedge-Shots landen, damit ich noch mehr Feuer machen kann. Oh shit, oh shit. Wurde halb ran. Gut. Passt. Himmel, Himmel, Himmel und Helle. Och, Mana ist alles, schade. Egal. Wir haben also ganz schön Zeit. Läuft sehr gut, bei mir ist gerade alles tot. Ich kann mich jetzt um den Himmel bringen. Ah ja, bei mir ist jetzt alles tot. Ich kann leider nur nicht so gut im Himmel treffen. Boah, ist das geil. Letzte Welle schon. Das ist super wenig. Und wie? Aber ich habe 11.000. Ich kann ja hier überall. Also ich. Ich baue dir mal so ein paar mehr, was ich halt gerade schaffe. Von dem, was ich sehen kann. So viele schöne Tode. Das sieht wertvoll aus. Okay, ich glaube, das waren alle Gegner. Boah, ist hier viel Geld. Okay, ein paar Vögel sind wohl noch da. Das ist der letzte da vorne. Schaut so aus. Oh, okay. Dann hier war noch ein Elektro-Sapper. Zwölf Minuten eins. Was ist das denn für eine Zeit? Oder war es 12.30? Bleibt 12.30, nicht 15.30. Aber es war echt 15.30 Uhr, krass. Okay, wir sind ja super gut durchgelaufen hier. Ja, so läuft das. So macht man es richtig. Dann fehlt jetzt nur noch mal kühle Kaverne. Da wissen wir ja auch schon, was wir machen müssen. Allerdings stellst du... Nee, warte. Nee, wir brauchen keine Skelette dafür. Müssen wir irgendwas ändern für kühle Kaverne? Ich glaube nicht. Kann man gleich wieder rein. Nee, nicht wirklich. Aber ich glaube, ich nehme da auch Feuer mit. Ist einfach viel effektiver gegen die Viecher. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, den Gürtel mitzunehmen. Aber wenn du es nicht machst, dann... Ja, doch. Dann kümmerst du... Dann kannst du aber besser töten. Also ich nehme das gleiche mit wie vorhin. Bedeutet das... Und... Was ist denn die Schmeißer da? Ist immer wieder schwer, das zu finden. Man kann es nicht sortieren, weil es ist wieder umsortiert, wenn man die hier so hin und her schiebt. Bisschen blöd. Ja, sag mal, was war das dritte, was ich mitgenommen habe, Dennis? Oder ach, warte, ich hatte Bogenschützen. Oder wenn hier zwei sind und man tauscht die aus, dann tauschen die sich in dem Buch auch aus. Vollkommen bescheuerte Logik. Ja, weißt du, dann lohnt es sich halt überhaupt nicht, dass man überhaupt sortiert hat von Anfang an. Ah, so. Brauchen wir ein besonderes Trinket? Ähm. Eigentlich nicht. Nö. Brauchen wir mehr Geld? Oder haben wir genug Geld? Ja, ne, warte, ich brauche noch die Bärenpfahle, Dennis. Die Bärenpfahle hatten wir sicherheitshalber. Ja, ist zum Nachhinein aufgefallen, dass die auch noch nicht hat. Gut, dann würde ich aber sagen, das gibt es erst im nächsten Pub. Wir hätten nicht vergessen und ciao. Tschüss.